Ja, hallo und herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des Imperiums. Mein Name ist Christon und dies ist ein neues Geschwätz rund um das Spiel Forge of Empires. In diesem Geschwätz nehme ich mir normalerweise immer kleinere Themen vor und diskutiere die mit euch. Also Themen, die keinen eigenen Vlog-Eintrag lohnen. Diesmal nicht ganz, denn ihr habt gemerkt, ich hatte bisher zum Wildlife-Event bisher noch gar nichts gemacht. Und deshalb dachte ich so, okay, ein eigenständiges Video könnte ich jetzt noch machen. Aber naja, ich dachte, ich integriere es jetzt hier mit drin in dieses, in das hier, also in dieses Geschwätz. Weil so richtig, naja, ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Okay, Wildlife-Event soll heute also besprochen werden. Aber bevor wir dazu kommen, also ich habe insgesamt drei Sachen also vorbereitet. Nummer eins ist, ich möchte noch etwas nachholen. Das werde ich euch gleich verraten, nämlich den Discord. Danach werden wir über etwas, eine Ankündigung reden, die jetzt anscheinend auch schon auf dem Beta live ist. Und die ja doch die Spieler-Diskussion sehr stark beeinflusst. Und ja, ich finde es spannend, deshalb möchte ich mir auch vorher über den Discord reden. Denn da gab es heftige Debatten um diesen Game Changer vielleicht, um diese Neuerung im Spiel, die sich InnoGames vorgenommen hat. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze läuft. Ja, und zuletzt dann eben noch über das Wildlife-Event ein bisschen reden und ein bisschen Let's Play hinten dran schieben an das Wildlife-Event. Ich denke mal, ihr seid alle schon drin, weshalb sich viele Sachen eben einfach nicht mehr wirklich zu sagen lohnen und einfach nur ein Video zu produzieren. Finde ich das auch ein bisschen doof. Ja, es fiel alles ein bisschen, muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, in die Zeit, also meine arbeitsintensivste Zeit, also meiner regulären Arbeit, das Lehrer-Dasein halt hinein. Und zwar haben wir immer noch Schule und erst nächste Woche ist das Ganze final beendet. Und es kam jetzt noch Abitur, die Reste, dann Zeugnisse schreiben, Noten fertig machen, all sowas. Und wenn man, so wie ich, als Ethiklehrer in vielerlei, in fast allen Klassen Unterricht hat, weil Ethik immer so ein kleines Fach ist, wo man mitunter nur eine Stunde hat, aber trotzdem ganz viele Noten machen muss, da ist das dann doch alles sehr arbeitsintensiv. Vor allem, wenn dann noch Noten, die letzten Noten eingesammelt werden müssen, all solche Sachen. Ihr kennt das Spiel aus Schülersicht, kurz vor Ende, wenn einem immer auffällt, uiuiui, kann ich da jetzt nochmal das Ruder rumreißen? Und genauso geht es uns als Lehrern im Grunde genommen auch. Denn zu dem Zeitpunkt fallen einem immer all die Sachen ein, die man im Laufe des Schuljahres ein bisschen verpasst hat. Naja, so ist das. Okay, kommen wir vielleicht jetzt vom Real Talk ein bisschen hinein ins Spiel und zwar in unseren Discord. Ich habe mir nämlich festgestellt, dass ich den noch nie so richtig beworben habe, glaube ich. Deshalb möchte ich euch das kurz zeigen. Wenn ihr Discord habt, könnt ihr da nämlich mitmachen. Und zwar, der Link, der steht in der Videobeschreibung, haben wir einen Discord, den FOE Olymp. Das ist sozusagen ein Discord, in dem sich alle, oder nicht alle, aber die meisten FOE-Streamer herumtummeln. In dem ja auch, also nicht nur von mir, sondern von allen, oder, naja, sagen wir nicht allen, von vielen FOE-Streamern sozusagen erfahrt, wenn sie ein neues Video draußen haben. Freaky P ist dabei, das sind unsere Bots. Also die haben das richtig schön gemacht. Manche von euch sieht man hier dann ja auch wieder. Armin ist dabei, Chris FOE, Chris Nein ist dabei, die blauen Jockeltraut ist dabei. Also es sind eine ganze Menge. Rapture ist natürlich auch dabei, Staubwuggerl ist dabei, Wisnysmacht, Zockerhase. Also im Grunde genommen der Olymp des FOE, deutschen FOE-Streams sozusagen. Und das haben wir also für euch kreiert. Hier gibt es verschiedene Sachen, die man so angucken kann. Und das Schöne ist dran, also hier gibt es dann auch den Content, wenn also einer von uns einen Stream macht oder ein neues Video, dann erfahrt ihr das hier drüber. Ihr könnt mitdiskutieren mit den anderen Spielern in der Plauderei. Also falls ihr ein Forum sucht, jenseits des normalen FOE-Forums, könnt ihr auch hier eurem Ärger über das Spiel Luft machen. Könnt uns anschreiben, auch wenn ihr wollt. Also auch mich natürlich hier drüber mitdiskutieren. All solche Sachen. Und die Idee war es ja auch mal, was gerade ein bisschen eingeschlafen ist, wenn wir streamen, dass wir im Grunde genommen das Ganze übertragen können. Und vielleicht mal den einen oder anderen von euch mit in den Stream holen können. Und das geht ja dann hier auch über die, intern vielleicht nicht, also über den Stammtisch, ja, den Sprachkanal. Könnt ihr dann mit rein, also das kann natürlich nicht jeder rein, aber ihr könnt dann mit rein und könnt hier sozusagen mitreden und vielleicht live auch mit dabei sein in zumindest Ton, wenn das Ganze so klappt. Ja, also eine schöne Geschichte und wie gesagt, hier gibt es sehr viele, also gab es vor kurzem eine starke Diskussion, denn InnoGames hat auf meinen Unmut gehört. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich der Schuff, der das Ganze in den Stein ins Rollen gebracht hat. Nee, so viel Reichweite und Nachdruck maße ich mir nicht an. Aber es gibt eine, es soll eine Änderung für die Gildengefechte passieren und das ist sozusagen dieses hier und das haben sie ein Rebalancing getauft. Dieses Rebalancing bedeutet nichts anderes, als dass es eine Deckelung für Belagerungstypen gibt, also kurz BLs und zwar, ne, hier auch Siege Camps genannt. Das erste bringt 24, das zweite 42, das dritte 56 Prozent und das vierte 66,6 Prozent und damit ist der Deckel erreicht. Also sprich, man wird im besten Falle, selbst wenn man um einen Sektor zehn Stück stehen hat, nur noch 66,6 Prozent Chance haben, die Zermürbung zu keppen. Und das ist doch ein riesiger Einschnitt in die Gildengefechte und wird stark diskutiert. FO Elite hat auch ein Video dazu gemacht, bei dem es ihm vor allem darum ging, dass Menschen, die Bots nutzen, natürlich besser vorankommen und all solche Sachen. Ich hatte ja schon meinem Unmut über die ganze Sache, also die Gildengefechte Luft gemacht und ich finde, ich für mich möchte gleich vorweg schicken, ihr könnt das anders sehen natürlich und ich weiß auch, viele sehen es anders. Ich finde das eine gute Neuerung und ich finde es eine spannende und intelligente Neuerung, aber ich weiß auch, also selbst bei uns in der Gilde, bin ich damit sozusagen doch eher allein mit dieser Meinung. Also die meisten sagen, oh nein, das ist furchtbar, aber woran liegt es, dass das Ganze so furchtbar ist, das möchte ich vielleicht ein wenig ausführen. Nun, bei einer 66-prozentigen Chance, dass das Ganze verwehrt wird, muss man jetzt wieder ein bisschen prozentuale Chancenrechnung betreiben. Das heißt, eure Zermürbung steigt im Grunde genommen in einem von drei Fällen um eins. Und das bedeutet wiederum, wenn ihr eine Zermürbung von 50 maximal schafft, dann in einem von drei Fällen steigt es ja um eins. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen nur noch das Dreifache eurer Maximal-Zermürbung kämpfen. Wenn ihr natürlich so viel habt, dass euch der Cap wiederum, also der Deckel, den es wiederum ja auch in dem Zuwachs gibt, wenn ihr den locker bewältigen könnt, dann interessiert euch das natürlich nicht. Der liegt, glaube ich, bei Stufe 160. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch der ist. Ich will es jetzt auch nicht nachschauen. Spielt eigentlich auch keine Rolle, aber ich glaube, bis in dieses werden kommen die wenigsten Spieler. Und das Interessante ist also hier dran wirklich, dass man im Grunde genommen sagen kann, rückwärts, dass jeder nur noch das Dreifache seiner Zermürbungskämpfe machen kann. Und das ist ein ziemlich großer Einschnitt, um euch das Ganze mal zu zeigen, auch im Spiel. Momentan ist es noch nicht live, aber wir können ja mal hier hingehen und eigentlich wollte ich es noch ausblören, aber mache ich jetzt mal nicht. Aber wenn wir jetzt mal in die Mitgliederaktivität schauen, ja, also ihr seht, heute ist Samstag, das heißt seit drei Tagen. Das heißt, er macht im Schnitt Krausi, Grüße gehen raus, ungefähr seit drei Tagen 500 Kämpfe am Tag. Dann bedeutet das für Krausi im Grunde genommen, er bräuchte eine Zermürbung von einem Drittel von 500, also eine Zermürbungsstufe von 166, um auf diesen Wert zu kommen. Das wird also zum Problem. Viele Spieler werden nicht mehr die Kämpfe schaffen, die sie sich vielleicht vorgenommen haben. Gerade Spieler jüngeren Zeit alters, die immer so ein bisschen Cherrypicking betreiben, also im Grunde genommen nur dort kämpfen, da man keine Zermürbung bekommt. Das will ich nicht jedem jüngeren Spieler machen, machen auch ältere Spieler, also alte Hasen machen das teilweise genauso. Aber es führt eben dazu, dass man zum Beispiel nicht mehr diese hohen Dimensionen erreichen wird. Also ich sag mal, wenn ihr eine Zermürbung von 100 schafft, dann schafft ihr 300 am Tag, also 300 Kämpfe am Tag. Und das heißt, bei elf Tagen sind das 3300 Kämpfe. Und jetzt könnt ihr mal bei den aktiven Gilden so reinschauen oder nachfragen. Also bei uns gibt es sozusagen eine Deckelung von der Gilde aus, die liegt auf der Kleinkarte bei 4500, auf der großen Karte bei 5500 Kämpfe. Und das ist schon eine Gilden vorgegebene Deckelung. Das bedeutet mit anderen Worten, ja, das wird so nicht mehr möglich sein. Und das führt natürlich auch erstmal dazu, dass insgesamt die Kämpfe wieder sich verändern werden. Und ich glaube auch, dass damit dieses Schachbrettmuster, das wir jetzt hier nicht haben, so wirklich, aber dieses Schachbrettmuster, das viele aufbauen, wo Gilden also gegeneinander Team schwerer durchzusetzen sein wird. Und das Gilden, die jetzt hier, ich fand letztens die Metapher so schön, Beckenrandschwimmer, dass also die Beckenrandschwimmer doch eher auch mal die Chance haben, wieder reinzukommen. Ich weiß, auch hier gibt es immer wieder die Diskussion, ja, die haben sie ja prinzipiell, sie müssen sich eben nur ein bisschen Mühe geben. Aber denen wird es jetzt ein wenig leichter gemacht, weil die Gilden jetzt eben doch ein wenig mehr planen müssen und nicht einfach überall wild drauf rumhauen können, weil die Belagerungstürmer die ganze Geschichte hergeben. Also, das heißt, man will sozusagen hier einen Kampfdeckel bekommen, also einen Deckel des maximal Möglichen, was eine Gilde leisten kann. Und damit muss man eben ressourcensparend umgehen. Ich für mich, also für mich ist das Große im Ganzen kein Problem, da ich häufig in den Gildengefechten kämpfe an Stellen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier, wir haben hier zwei stehen, also normalerweise würde ich dann jetzt hier kämpfen, jetzt nehme ich ja mit euch gerade das Video auf, also ich kämpfe sowieso meist nur mit 50 Prozent, wenn überhaupt, manchmal auch mit einem, also ich kämpfe meist in den Randsektoren. Ich schaffe selbst eine Zermürbung von 80, ganz gut, bis 90 wird es, also zwischen 80 und 90 wird es meist blutig und da habe ich dann meist keine Lust drauf. Und bei 80 und das heißt, bei mir ist es eben so, also für mich wird es, in meiner Spielweise wird sich nicht viel ändern, aber für die engagierten Spieler wird sich halt viel ändern. Dabei gibt es dann eben auch die Diskussion, wie soll man es jetzt noch schaffen, zum Platz Nummer eins zu kommen und Mythor 61 einzuholen, wenn der schon drei Milliarden Ranglistenpunkte hat, denn die meisten Punkte macht man nun mal über das Kämpfen, das ist richtig. Mythor wird danach also eine ganze Weile auf Platz eins verbleiben, da man ihn schlecht oder nur ganz langsam eben einholen kann. Selbst wenn Mythor heute aufhören würde, reichen die mit den Gildengefechten gewonnenen Kämpfe, die man dann also machen kann, nicht aus, um einen sehr schnellen Fortschritt zu erzeugen. Ja, also falls ihr es noch nicht gewusst habt, ja, dieser Cap soll kommen und es ist aber eben heftigst diskutiert. Auch innerhalb des Forums wird darüber gestritten beziehungsweise sich aufgeregt und so weiter und so fort. Ich finde es eine sinnvolle Lösung für das Problem, dass die Gildengefechte, wie ich schon mal angedeutet habe, eigentlich in FOE sich stark um die Gildengefechte zentriert hat. Es gab jetzt auch die Debatte, da jemand gesagt hat, ey, jetzt habe ich ja hier, also ich habe eine schöne Kampfstadt, die nutzt mir jetzt gar nichts mehr, weil ich damit nur noch zehn Kämpfe mehr am Tag schaffe. Ja, dann wird halt Umbau vielleicht notwendig. Vielleicht, also das kann sein. Und das finde ich ja eigentlich, sollte die Stadt das zentrale Element sein und nicht die Gildengefechte. Ich weiß, jetzt wird wieder jemand sagen, naja, wenn ich meine Stadt aber auf Kampfkraft ausrichte, dann ist ja nicht die Gildengefechte das zentrale Moment, sondern die Stadt. Das stimmt, aber wie ich in meinem Video schon sagte, man braucht gar nicht so viel Kampfkraft, wenn es nur genügend Belagerungstürme gibt, mit denen man im Grunde genommen zermürbungslos kämpfen kann. Von daher finde ich es eine spannende Einführung. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt und ob Schachbrettmuster weiterhin für die Gilden möglich bleiben oder ob sie da jetzt keine Lust mehr drauf haben beziehungsweise das Ganze auch nicht mehr bewältigen können und ob es für die anderen Gilden eben etwas bringt. Also ich habe auch mal von einem Spieler gelesen, der hat 26.000 Kämpfe in einer Saison gemacht. Das heißt, der hat mehr als 2.000 Kämpfe am Tag durch die Gildengefechte gemacht und das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich viel. 2.000 Kämpfe, ja, ist eine ganze Weile. Also der hat mindestens drei Stunden am Tag gekämpft, was wieder zum Evo Elite-Video führt, der nämlich gesagt hat, dass es einige Spieler gibt, die auch botten würden. Was ich demjenigen nicht unterstellen möchte, vielleicht hat er einmal eine gute Zeit und man kann sich auch sehr schnell durchklicken. Aber dieser Cap sozusagen, dieser Deckel wird wahrscheinlich einiges im Spielflow ändern. Es gibt dann natürlich auch die Aufregung von Spielern, die ich nachvollziehen kann, die dann sagen, oh, dann kann man ja bei FOE gar nicht mehr so viel aktiv sein. Und eigentlich fand ich das Spiel immer wieder gut, dass man eben durch Aktivität und nicht durch Diamanteneinsatz vorankommen kann. Das ist richtig. Aus dieser Perspektive ergibt das natürlich Sinn, aber man kommt immer noch gut voran in den Kämpfen. Also ich denke, klar werden die Leute weniger kämpfen und ja, das bedeutet dann eben auch weniger Aktivität für die Menschen. Aber ich denke trotzdem, dass es für diejenigen, dass es aber sinnvoll ist, weil es glaube ich nur einen ganz kleinen Teil betrifft, der diese vierstündigen Aktivitäten eben leistet und leisten kann. Natürlich die obersten, 200, 300 Spieler vielleicht. Und um aktiv zu sein, muss man das eben mal, musste man eben das Ganze auch machen, wenn man in der Rangliste vorankommen möchte und wollte und einen sehr schleunigen Ausbau seiner Stadt haben wollte. Dann war man quasi zu den Gildengefechten gezwungen. Und vielleicht suchen sich die Leute dann andere Mittel. Also wenn jetzt jemand sagt, sowas wie Nachbarschaft, ja, jetzt muss ich wieder die Nachbarschaft angreifen. Ich muss leider sagen, diejenigen, die ganz vorn spielen, haben die Nachbarschaft so oder so angegriffen. Ja, also die haben das sozusagen sowieso schon gemacht. Also jetzt zu sagen, jetzt muss ich ja die Nachbarschaft angreifen, um wieder auf meine Kämpfe zu kommen, denke ich so, ja, das hättest du aber vorher, wenn du kompetitiv um eine hohe Platzierung spielen willst, und darum geht es ja in dem Moment, dann hättest du das sowieso machen müssen. Chris9 hatte angemerkt, dass es vielleicht sogar spannend ist, nur noch mit drei Camps zu spielen, weil der Sprung vom dritten zum vierten nicht mehr besonders groß ist. Ich glaube aber, die meisten großen Gilden werden das Ganze trotzdem mit vier Camps spielen. Also ich gehe immer davon aus, dass das Ganze trotzdem so bleiben wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt zwar viel, viel, viel Meinung in dem, was ich gesagt habe, aber ich möchte ja auch hier dieses Video und dieses Format jetzt dazu nutzen, mit euch drüber zu diskutieren, und zwar hier drunter. Und deshalb habe ich das eben auch so kontrovers formuliert, also meine Meinung gesagt, dass ich das gut finde, eben aus den Gründen, dass sich vielleicht in den Gildengefechten eine neue Dynamik ergibt und dass das Spiel wieder mehr seine eigentlichen spielerischen Elemente in den Fokus nimmt. Jetzt werdet ihr sagen, was sind die eigentlichen spielerischen Elemente? Nun ja, die eigentlichen spielerischen Elemente sind nun mal meines Erachtens nach der vorrangig der Stadt und legendäre Gebäudeausbau und ja, auch alles andere drumherum und das vielleicht auch darüber, und das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit, die Inno in letzter Zeit auch darüber, vielleicht, ich weiß es nicht, ich kenne ja nie die Zahlen, ich kenne niemand von InnoGames, also ich habe hier keine exklusiven internen Informationen, ich kann es mir aber vorstellen, dass durch die Gildengefechte mehr oder weniger, weniger Geld für Diamanten ausgegeben wurde, statt mehr, weil man ja über die Gildengefechte eben sehr viele Diamanten auch bekommen hat und man kann sich das Ganze hochrechnen, das wurde zwar schon mal auch ein bisschen runtergenommen, aber man hat immer, die Leute haben immer noch relativ gut Diamanten daraus gekriegt, meist, also im Schnitt, wer gut mitgemacht hat, zwischen 1.000 und 2.000 aus den Gildengefechten heraus, jetzt werdet ihr sagen, gut, die brauchte man ja dann auch für die Gildengefechte, wenn man im Schachbrettmuster spielt, braucht man die nicht, also dann vielleicht am ersten Tag, aber ab dem zweiten Tag braucht man die schon nicht mehr, wenn man alle vier Stunden wechselt, der Aufbau der Belagungstürme hat zwei Stunden gedauert, also haben die genug Zeit gefunden, sich aufzubauen und dann war das Ganze möglich, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, naja, das ist dann ein Problem der Schachbrettspieler, so ungefähr, aber ich sag immer so, alles, was in FOE gemacht werden kann, wird eben auch gemacht, also in meiner Welt ist es halt so, ich sehe, dass ja Leute Teams snipen, Leute snipen, Leute greifen die Nachbarn an und plündern die, also ja, es wird immer Leute geben, die das Ganze machen und es kommt eben darauf an, welches Spiel will InnoGames haben und welches Spiel wollen wir hier auch spielen, also im Grunde, nein, anders, welche Regeln innerhalb des Spiels eben gelten und wenn das die Regeln sind, muss man eben sagen, ja, ich könnte jetzt zum Beispiel auch, vielleicht kommt der PvP-Turm dann auch wieder ein bisschen nach vorn, also, zudem sei es ja dazu gesagt, man muss immer mit normalen, also mit acht normalen Einheiten kämpfen, weil die Agenten ignoriert werden und vielleicht könnt ihr auch darüber wieder mehr kämpfen, also das Drumherum wird wieder ein bisschen mehr und ich sag mal so, da schließt sich ja die Diskussion an, wie viele Events will InnoGames noch in sein Spiel reinpumpen, kann man nicht mal eine Minute Zeit haben zum Event durchatmen, also die zeitlichen Abstände werden immer kürzer, jetzt aktuell das Wildlife, dann kommt das Hero Event, wahrscheinlich das Gemeinschafts-Event, wie auch immer das dann heißen wird, oder Fellowship Event, wahrscheinlich Gemeinschafts-Event, wenn sie sich an die Herr-de-Ringe-Übersetzung halten, oder, und dann kommt noch das Sommer-Event, das Herbst-Event, das, also, ne, also wir haben noch, wenn man jetzt so will, noch mindestens fünf Events vor uns, dieses Jahr, und das Jahr, also, man kann schon fast sagen, jeden Monat irgendwie eins, ich freue mich auch schon auf das Sommer-Event, nun ja, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, also diskutiert fleißig mit, hier drunter, ihr könnt eurem Ärgerluft machen, oder zustimmen, also, ich hätte hier gerne eine Diskussion auch drunter, ich werde mich natürlich auch daran beteiligen, so, oder ihr kommt in den Discord, und könnt euch da in der Diskussion beteiligen, auch das ist natürlich möglich, also, ja, wenn ihr nicht in den Foren seid, könnt ihr hier auch gern mit drunter schreiben, was ihr über diese Veränderungen denkt, findet ihr sie gut, oder findet ihr sie eher nicht so gut, und in meinem Depressionsvideo hieß es, ja, viele geben mir da vollkommen recht, und ich muss sagen, es gibt halt, das Problem ist, wenn es einen nicht betrifft, also, wenn man jetzt dadurch keine Einschränkungen sieht, so wie ich, ja, dann ist es auch ein wenig, ich will nicht sagen arrogant, aber ein wenig leicht, selbstgefällig, darüber zu reden, davor zu sitzen, und zu sagen, ach, das ist doch krall, so ungefähr, weil das meine Spielweise nun mal bevorteilt, deswegen, ich kann den Unmut der anderen Spieler natürlich verstehen, und es gab dann auch so dieses, ja, jetzt muss ich ja wieder mehr mit Fortschpunkten, wozu mehr Kampfkraft, dann kann ich meine Stadt ja wieder auf Fortschpunkte umbauen, und dann denke ich so, ja, habe ich anscheinend alles richtig gemacht, aber das war ja eher Zufall, und auch vorher war das Spiel mit den Fortschpunkten schon gut, da kommen wir auch gleich noch in eine andere Diskussion, gut, Punkt beendet, kommen wir jetzt also zum dritten Teil, zum Wildlife Event, und wie das Event funktioniert, wisst ihr, habt ihr alle mitgekriegt, die Quests haben keine Schwierigkeiten, ich war schon am zweiten Tag tagesaktuell, also das war relativ leicht zu spielen, oder am dritten, ich glaube am zweiten Tag war ich tagesaktuell, also das war relativ leicht zu spielen im Event, und ich weiß, es gibt jetzt einige, die sagen, naja, es gibt jetzt eine Strategie, man spielt eben an dem Tag, an dem das der Preis kommt, den man haben will, und für die meisten wird das der Adlerberg sein, auf diesen Tag wartet man, weil man in der, ähm, hier, also als Preis manchmal, also jedes dritte Mal, ein Ticket bekommt, und wenn man die Tickets alle nutzt, kann man eben mehr Tickets ausgeben, um noch den begehrten Adlerberg zu bekommen, der aktuell, meines Erachtens nach, das beste Gebäude ist, und auch vom Hero-Event-Gebäude, naja, zwar in meiner Bilanz getoppt wird, also in meiner persönlichen Bilanz, aber, da muss man halt sagen, das ist wie eine Abwägung, die auch beim diesjährigen Event-Gebäude zu treffen ist, also bei diesem, ich finde ihn sehr schön, den Wildwechsel sozusagen, ähm, denn auch da muss man im Grunde genommen eine Entscheidung treffen, beim Wildwechsel, äh, bei dem Gebäude, ja, das ist ein bisschen schwierig. Bevor wir uns mit dem Let's Play widmen, kommen wir vielleicht auch direkt mal zum Wildwechsel, und, ähm, fragen uns mal, was das Gebäude kann, also, und warum ich das Gebäude, mhm, schwierig finde, also Einwohnerzufriedenheit Münzen ist vollkommen klar, wir bekommen eine, äh, zeitalterabhängige, prozentuale Angriffskraft, wir bekommen Medaillen, und wir bekommen Forge-Punkte. Was bekommen wir also nicht? Verteidigungskraft für die angreifende Armee, und wir bekommen, ähm, ja, wir bekommen eigentlich für 18 Felder, 22 Prozent Angriffen, ziemlich, also im letzten Zeitalter, eigentlich ein ziemlich gutes Gebäude, weil auf 18 Felder, zehn Forge-Punkte, sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Auf dem Papier ist das Gebäude ziemlich gut. Jetzt ist natürlich, also, jetzt ist natürlich die Frage für Spieler, mich höheren Zeitalters, was in meiner Stadt könnte ich dafür rausnehmen? Und das erste naheliegende Gebäude wäre sozusagen der Zug. Ihr seht, beim Zug sind es 26 Prozent Angriff auf 21 Felder, also für drei Felder mehr, bekommt man beim Zug, äh, vier Prozent Angriffskraft mehr und, äh, vier Prozent Angriffskraft mehr, aber dafür fünf, äh, Forge-Punkte weniger. Würde man auf die drei Felder, also prinzipiell, statistisch gesehen, einen Piraten-Wacht-Posten stellen, dann könnte man sozusagen noch sagen, okay, da kommen noch drei Prozent dazu, dann sind wir bei 25 Prozent. Ihr bekommt also ein Prozent mehr, für ein Prozent weniger Angriffskraft, sozusagen fünf Forge-Punkte mehr. Jetzt ist aber bei Spielern, höheren Spielern, eine Sache interessant, die, äh, ich in meinen Berechnungen nicht so richtig mit erfasst und drin hatte, weil sie sich für mich schwer berechnen lässt und ich da auch keine bisherige Strategie, hatte, was das Ganze angeht und das ist die Frage mit den Gütern. Denn das ist etwas, das hier in dem, bei dem Gebäude leider, leider, leider nicht dabei ist, also sprich, der Wildwechsel hat keine Güter, der Zug bringt aber jeden Tag 15 Güter. Das bedeutet also, ja, für diejenigen, die auf Güter spielen, äh, die, die Güter mit im Blick haben wollen, für die ist das Gebäude so lala. Und deswegen sage ich mal so, das Gebäude ist mit dem Zug, ja, ungefähr zu vergleichen. Der Zug ist leicht in der Kampfkraft besser, dafür massiv schlechter in den Forge-Punkten. Äh, das Gebäude ist definitiv besser in den Forge-Punkten, dafür leicht schlechter in den, ähm, in den, ähm, ähm, in der Angriffskraft. Man könnte auch zum Beispiel ein, äh, gigantisches Rad entfernen, ja, da hätte man dann sozusagen gegenüber dem gigantischen Rad, das 26% Angriffskraft hat, ähm, also man könnte sozusagen, man hätte dort sechs Felder eingespart, weil das ist 24 Felder groß, da könnte man für diese sechs Felder drei, äh, zum Beispiel drei Piratenwachtposten aufstellen, würde also sechs Prozent mehr bekommen. Das heißt, man würde die gleichen Forge-Punkte haben, aber zwei Prozent mehr Angriffskraft und vielleicht die Flexibilität, die drei Piratenwachtposten an eine andere Stelle zu stellen. Das wäre möglich, man würde sich aber, wie ihr seht, wieder 30 Güter hierbei vergeben für zwei Prozent Angriffskraft mehr. Da müsst ihr halt entscheiden, was euch bei dem Ganzen wichtiger ist. Ich möchte euch nur diese beiden Gebäude als Alternative zeigen, den festlichen Kanal, beziehungsweise die Alternative, wäre vielleicht auch noch spannend, dort zu sehen. Also es gibt Möglichkeiten, das Ganze auszutauschen. Wenn ich jetzt in meine Effizienzliste schaue, in dieser Effizienzliste, die erkläre ich in einem der kommenden Videos, wie sich die berechnet, ein bisschen besser. Okay, also es war schon offen, aber jetzt vielleicht auch nicht mehr. Dann habe ich hier mal zum Beispiel dieses Gebäude, das hatte hier noch keinen Namen, und den Kohle-Express gegenübergestellt. Und ihr seht, das Gebäude hat hier eine prozentuale Chance von 241 Prozent und der Kohle-Express nur 171. Aber wie gesagt, da ist jetzt wirklich die Frage, was ist euch wichtiger? Ich werde mir das Gebäude definitiv aufstellen, weil mir die fünf Forgepunkte im Grunde genommen mehr wert sind als die Angriffskraft. Also ich büße lieber ein Prozent Angriffskraft ein und kriege dafür fünf Forgepunkte mehr. Und die 15 Güter sind jetzt auch nicht so schlimm. Also ich werde mir das Gebäude aufstellen. Ich habe das nach langem Ringen mit mir selbst beschlossen. Ihr müsst halt schauen, was für euch sinnvoll ist. Also ich, für mich, der ich ja Forgepunkte-Spieler bin, stelle mir das Gebäude also hin, nehme einen Zug raus und fülle den Rest mit Angriffskraft, also mit Piratenwachtposten auf. Und dann geht die Sache für mich so weit in Ordnung, dass ich im Grunde genommen fünf Forgepunkte mehr habe. Es gäbe auch noch andere Kombinationsmöglichkeiten, das auszutauschen. Ja, wie gesagt, in meiner Welt ist das Gebäude sehr, also ich würde das nicht mit diesen 241 Prozent hier bewerten. Das liegt aber eben an den hohen Forgepunkten. Und da ich ja Forgepunkte überbewerte, normalerweise würde ich dem Gebäude auch einen Wert zusprechen. Also ich würde Ihnen aber, ich würde das Gebäude aber äquivalent nicht mal, also wenn ihr jetzt seht, das Haus des Wolfes, es wird wesentlich schlechter bewertet, mit 212 Prozent zum Beispiel. Und die verlassene Anstalt auch, wesentlich schlechter als das Gebäude, liegt aber eben wirklich an den, an der Verteilung der Berechnung der Forgepunkte, dass hier eine Forgepunktüberlast im Grunde genommen drinsteckt, die die anderen Gebäude nicht haben. Ich finde es trotzdem gut, also für die, also sage ich mal, für das eine Prozent Angriffskraft, dass ich verliere, fünf Forgepunkte am Tag zusätzlich zu bekommen. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, sind das nun mal 1500 Forgepunkte mehr, die ich jedes Jahr dadurch mitnehme. Die muss dieses eine Prozent Angriffskraft erst einmal erwirtschaften. Das ja vielleicht so ein bisschen dazu, also zu diesem Gebäude. Natürlich für die meisten am spannendsten ist der Adlerberg. Und ihr seht es schon, ich habe mir, also ich hatte aus dem letzten Jahr einen und ich hatte, habe mir auch am ersten Tag noch Diamanten ausgegeben, damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habt. Ich habe 9000 Diamanten ausgegeben, sehr viel Kram dazu bekommen und habe dadurch drei Adlerberge mir aufstellen können. Zusätzlich also für Diamantspieler lohnt sich das Event definitiv. Bei uns in der Gilde gibt es natürlich Diskussionen, das Gebäude ist so groß, ich weiß nicht wohin damit. Aber für Diamantspieler lohnt es sich definitiv. Also ihr werdet nicht so schnell ein so, so gutes Gebäude bekommen. Für diejenigen, die fragen, was macht denn der Adlerberg nochmal? Der hat Angriffskraft und Verteidigung, Güter und Forgepunkte. Also er ist im Grunde genommen die eierlegende Wollmichsau unter den Gebäuden und eigentlich wirklich mit das beste Gebäude, das ihr auf dem Markt finden werdet. Er hat ein bisschen leicht weniger Prozente im Angriff als das Haus des Wolfes. Also für diejenigen, die mehr auf Angriff gehen wollen, für die wäre das Haus des Wolfes die größere, bessere Alternative. Aber es sind nicht ganze 4% Unterschied, weil der Adlerberg weniger Straße benötigt als das Haus des Wolfes, weil es so ein großes Gebäude ist. Ihr braucht weniger Motivation und so weiter und so fort. Also in meiner Welt wirklich das bisher mit Abstand beste Gebäude, das Inno herausgebracht hat. Und wir werden sehen, was aus dem Fellowship-Event heraus dieses Gebäude noch kann. Wie das genervt wird, das schauen wir uns dort dann an. Zockit hat dazu ja auch schon ein Video gemacht. Okay, das vielleicht dazu. Jetzt werdet ihr sagen, gut, du hast jetzt darüber geredet, wie man, also eine Sache, möchte ich jetzt vielleicht noch nur kurz nachschreiben, wie man das Event-Gebäude, kann man das überhaupt bekommen? Nun, an sich sollte man es bekommen. Jetzt ist immer ein bisschen das Problem, zu berechnen, so mehr oder weniger. Also das kommt eben ein wenig auf eure Spielweise an und auf gewisse Fragen. Ihr braucht für das Gebäude, also für diesen Wildwechsel, braucht ihr insgesamt neun Teile und vier daraus bekommt ihr hier aus der Questline. Das heißt, ihr braucht also noch fünf Teile über die Questline hinaus. Wenn ihr die Truhe habt, braucht ihr sozusagen nur noch vier Teile. Wenn ihr aktiv spielt und jeden Tag eure Dings ausgebt, ihr seht auch hier, ich habe das, also durch die Ausgabe von Diamanten bin ich natürlich hier vorn, aber ich muss sagen, auch ohne Ausgabe von Diamanten war ich ganz gut dabei, hier vorn mit zu sein. Wenn ihr das Event also gut spielt, könnt ihr hier raus noch einen bekommen, also aus dem Top 5%. Da war ich, also bevor, da, ja, da kann man gut reinkommen, da war ich auch das letzte Mal drin, einfach nur durch konsequentes Spiel und alle seine Tickets ausgeben. Wie gesagt, es gibt die Strategie, Tickets zu sparen. Ich würde euch das nicht raten. Ich würde euch eher sagen, nehmt eure Tickets mit. Es gibt noch zwei Strategien, die ich euch zu den Tickets sagen möchte. Alle vier Stunden kommt ja eins dazu. Das heißt, wenn ihr alle acht Stunden, wenn ihr, also nach 32 Stunden würde das Ganze hier sozusagen aufhören und nicht weitergehen. Das heißt, ihr solltet die immer kontinuierlich verbrauchen. Ich mache es aber immer so, dass ich möglichst sparsam damit bin, damit ich an dem Tag, an dem der Adlerberg kommt, möglichst viele habe. Und das kann man eben auch erreichen. Ihr seht es jetzt hier, also jetzt müssen wir kurz rechnen, 16 Stunden, 17, 18, 24, 20 Jahre geht klar, indem ihr zum Beispiel einfach eins startet und dann wird nämlich eins abgezogen und im Hintergrund zählt das Ganze weiter und ihr könnt dann hier mehr oder weniger spielen. Ihr habt 25 Züge Zeit, habt hier ein paar Sachen, ihr bekommt ja diese Münzen, also Wildlife-Münzen, ihr habt den Preis des Tages, den könnt ihr austauschen und ihr habt einen großen Preis. Ach so, jetzt kommen wir uns wieder zurück in die Frage und das geht heute echt mit dem Event ein bisschen hin und her. In die Frage, wie viel von den Dingern braucht ihr noch? Wir haben also gesagt, wenn ihr die Kiste habt, bräuchtet ihr noch vier, eins, zwei, drei, vier, dann müsstet ihr bis hierhin spielen. Wenn ihr unter die Top Dings kommt, dann bräuchtet ihr, also bräuchtet ihr 140 Tatzen, wenn ihr unter die Top 5% bekommt, bräuchtet ihr nur 100 Tatzen. Und wenn ihr in die Dingsliga braucht, dann bräuchtet ihr sozusagen nur 60 Tatzen. Also ich habe sie sozusagen, glaube ich, schon recht gut erfüllt, das Ganze hier oben. Darüber müssen wir nicht reden. Das ist eure Entscheidung. Ich würde es nicht machen. Mir sind die 1200 Diamanten zu schade. Die lege ich lieber ins Event möglicherweise selbst hinein. Und da werdet ihr jetzt fragen, wie bekommt man denn sehr viel Eventgeschichten? Nun, ich habe es so gemacht, dass ich mir einfach zehn Tickets gekauft habe. Also deshalb habe ich 9000 Diamanten ausgegeben. Das waren fünfmal zehn Tickets, also 50 Spiele zusätzlich. Und das hat eben gereicht. Und ich bin eben auf Truhen gegangen mit den Tatzen, wenn ihr alle durchspielt und ihr bekommt keiner aus irgendwelchen Ereignissen, spielt ihr 91 Tatzen durch. Das heißt, wenn wir bei 140, müsstet ihr 1,5 Tatzen pro Spiel herunterbekommen. Ich würde euch das so raten, an Tagen, an denen euer Superpreis kommt, also den, den ihr haben wollt, geht ihr eher auf Kisten und an Tagen, an denen ihr nicht haben wollt, geht ihr eher auf Tatzen. Und dann sollten die 140 Tatzen, die ihr möglicherweise braucht, auch sehr gut klar gehen. Gut, ich werde jetzt in meinem, hier jetzt nicht spielen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, denn ich möchte noch mal ein wenig versuchen, Adlerberge zu bekommen. Ich werde deshalb in eine Nebenstadt gehen und euch das hier zeigen und auch noch ein paar Prinzipien erklären, wie man das Spiel jetzt eben spielen kann. Ich muss selbst dazu sagen, ich bin nicht besonders gut darin. Warum? Weil ich nicht besonders geduldig bin. Das liegt ein bisschen daran. Ihr seht, ich habe hier noch nicht gespielt für meine Nebenstädte lohnt sich das Ganze nicht und sie sagen euch jetzt, klick auf zwei oder mehr angrenzende Blöcke der gleichen Farbe, um sie fallen zu lassen. Das haben wir jetzt gemacht. Lasse jetzt fünf oder mehr Blöcke platzen, um eine Belohnungstruhe zu erzeugen. Ja, also ab fünf gibt es einen Stern oder mehr. Jetzt ist es hierbei schon wichtig, welchen ihr setzt. Also guckt euch ringsherum an, ja, welchen ihr haben wollt. Hier sind drei Möhren, wie ich das richtig sehe. Das heißt, wir bräuchten ein wenig mehr Möhre. Ich mache es mal da hin. Okay. Super. Und es also wäre jetzt egal gewesen, weil man muss sowieso die drei Möhren klären und zack und dann bekommt ihr hier die Belohnung, so mehr oder weniger und los geht das Ganze. Ihr könnt dann hier auch mit den Pfoten das Ganze gestalten. Juhu. Und jetzt habt ihr noch 21 von 25 Zügen Zeit. Und hier seht ihr auch nochmal, ihr könnt, wenn ihr das Spiel einfach nur startet und ihr habt keinen Bock auf Events, 25 Forgepunkte gern mitnehmen. Damit sind wir jetzt hier bei 105. Ein bisschen nervig, aber egal. Ähm, ja, ihr seht auch hier an der Seite habt ihr diese Geräte, also der kann, killt sozusagen einen Block, der die Mühle verändert, die Farbe ringsum liegender Teile und der hier löscht alle der Farbe aus, auf die ihr klickt. Ja, ihr seht auch hier schon, ähm, wenn, für jede Kiste, die ihr mehr als 5 dazu macht, bekommen die immer einen Stern dazu. Die Kisten bringen auch Punkte, muss man dazu sagen und das lohnt sich also auch und, ähm, ich möchte euch das hier mal zeigen, da sind jetzt 5, zack, und jetzt haben wir gleich noch ein paar mehr und warum habe ich das Ganze jetzt so gemacht? Nun, ich denke, das Spiel immer von oben nach unten. Das heißt eben, ähm, ihr solltet nicht angucken, hier unten, oh geil, kann ich machen, sondern ihr solltet immer ein bisschen darauf achten, was fällt runter. Dazu braucht man ein bisschen räumliche Vorstellungskraft, also räumliche Intelligenz, um eben zu schauen, was passiert, wenn ich das mache. Also, mit anderen Worten, was passiert, wenn ich jetzt hier die roten rausnehme, ja, dann seht ihr, kommen die vier gelben hier hin, der gelbe landet dort. Ja, das ist ganz wichtig, der landet also nicht hier unten, sondern dieser gelbe landet dort. Und das ist jetzt also so ein bisschen das Motiv, bei dem ihr sagen könnt, okay, hier kann man jetzt, muss man also ein bisschen darauf achten, ja, wie spielt man das Ganze von oben. Schaut euch also immer an, was passiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel, und ihr müsst auch gucken, welche Truhe ihr anklickt. Also, wenn ich die anklicke, dann würde hier sich die neue Truhe bauen. Wenn ich die anklicke, würde sich hier die neue Truhe anbauen. Wenn ich hier klicke, hier oder hier, würde sich hier die neue Truhe anbauen. Das ist sozusagen das, was hier jetzt, das Motiv ergibt, ja, und ihr seht also schon, es ist also auch wichtig, ja, welche Truhe ihr jetzt dort anklickt. Genauso wichtig ist es, um das hier nochmal zu zeigen, eben, ihr seht, hier unten ist diese eine gelbe Möhre, und ihr seht, wenn ich jetzt die Truhen hier anklicke, dann wird eines von denen zur Truhe, und dieser Teil, die da fallen jetzt alle nach unten. Das heißt, ganz unten wird von euch die Möhre sein, und dann dieses, und dann das Blatt. Das Blatt bekommt ihr mit der Seite nicht weg, ja, und das ist nämlich jetzt die zweite Richtung, die ihr denken müsst, wenn ihr also sagt, ich gehe von links nach rechts, also wenn ihr jetzt diese Möhre weg haben wollt, dann müsst ihr hier eine liegen, oder hier mindestens eine, und ihr seht, hier kommt ja diese eine Möhre, ja, das ist ganz wichtig, und deshalb, ja, möchte ich euch, kann man hier ein bisschen vorausschauend planen, ihr seht, wenn ich das jetzt mache, ich mache das jetzt einfach mal mit diesen, diese sechs gelben Dinger weg, zack, jetzt verschwindet das, und jetzt fällt es noch eins runter, das müsst ihr immer bedenken, auch an dieser Stelle, ja, ihr seht also, jetzt kann man ein bisschen vorausschauend gucken, ja, ich könnte jetzt zum Beispiel, das Grüne, wenn ich das weg haben müsste, müsste das Grüne runter, jetzt müsste ich hier die beiden Roten löschen, dann würde das Grüne runterfallen, dann könnte ich die Grünen entfernen, vor allem sind es dann eins, zwei, drei, vier, fünf, das würde also eine neue Kiste bringen, wir schauen aber mal, ob wir manche Sachen eben noch ein bisschen intelligenter hinbekommen, denn ich kann jetzt natürlich hier unten die blauen Dinger wegnehmen, also das, das, das und das, oder, also, ich kann das Orangene wegnehmen, ich kann die beiden grünen Dinger hier wegnehmen, all das wäre jetzt möglich und ihr werdet jetzt sagen, okay, warum macht er jetzt das, was er jetzt macht, nun, ich werde es euch ein bisschen zeigen, ich fange nämlich jetzt wieder von oben an, diese beiden gelben wegzunehmen, warum, weil dann die beiden blauen nach unten rutschen, ja, und ich möchte diese beiden blauen gern mit den beiden blauen und den beiden blauen verbinden, ja, das heißt, ich nehme diese beiden weg, zack, und jetzt kann ich sozusagen diese blauen, indem ich die roten lösche, eben verbinden, außer, das ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt in einen der Dinger hier klickt, weil dann würde da sozusagen die Truhe bleiben, ja, wenn ich das Ganze nicht will, mache ich das Ganze hier hin, ja, also, da ginge natürlich auch, ich mache das Ganze jetzt hier hin und zack, jetzt sind diese blauen alle verbunden, das ist also, ja, ihr seht, also, dann, dadurch bekommt ihr eine größere und bessere Kiste raus, ihr müsst immer ein bisschen im Blick behalten, das mache ich auch manchmal, also, durch meine Ungeduld, oft falsch, wie viele Züge habt ihr noch, also, ihr müsst jetzt also wissen, okay, Einzug brauche ich ja definitiv noch, um die blauen rauszukriegen und ich muss auch noch Einzug investieren, um das gelbe Ding hier rauszubekommen, ja, das ist also ganz wichtig, dass ihr euch da merkt, aha, ich habe ja noch so 16 Züge, also, ich muss hier noch ein bisschen schauen, dass ich meine 16 Züge noch qualitativ besser nutze, ja, jetzt seht ihr hier oben, hier haben wir wieder blaue Kisten und jetzt ist die Frage, können wir diese blauen Kisten mit diesen blauen Kisten vielleicht sogar noch verbinden, so, dass, ähm, im Grunde genommen, die blauen Kisten, äh, nochmal eine größere Kiste bilden können, denn zwei blaue Kisten mehr würden ja hier bedeuten, dass das auch eine Fünferkiste wird und um euch das Ganze, kann man das anklicken, bei einer Fünferkiste gibt es eben 12% und bei einer Kiste gibt es eben, ich glaube, 4%, also, je höher die Kiste ist, desto besser für euch und je mehr größer die Kiste ist, desto mehr Liga-Punkte bekommt ihr auch, also, ihr bekommt sozusagen mehr Liga-Punkte, je mehr Kisten, äh, Teile ihr hier löscht, also, deshalb immer Kisten entstehen lassen und je mehr, ähm, ähm, also, je mehr Kisten nach unten kommen, desto mehr bekommt ihr da auch nochmal, jetzt müssen wir, das ist also das große Prinzip, was ihr im Hinterkopf beitreibt, und ihr könnt ja also mit einer intelligenten Spielweise noch sehr, 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 sehr viel aus dem Spiel herausholen, ja, wie gesagt, ich bin nur manchmal ein bisschen ungeduldig, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen diese beiden grünen weg, dann ist hier leider das Orange, zwischen den Blauen, das ist ein bisschen doof, weil wir dann diese fünf Blauen nicht damit verbinden können, ne, das ist, so mehr oder weniger das Problem, also, müssen wir das Ganze ein bisschen von der anderen Seite betrachten oder angehen, und da würde ich jetzt sagen, diese Blauen bekommen wir zwar theoretisch hier mit denen verbunden, ja, das könnten wir erreichen, wenn wir die beiden Roten rausnehmen, dann kommt der Grüne runter, dann würde man die Grünen löschen, und dann hätte man, äh, sozusagen, mindestens die beiden Blauen mit denen verbunden, das wäre zwar möglich, würde aber hier ziemlich viel in meiner Welt zerramschen, und deshalb werde ich jetzt die Blauen machen, jetzt wieder die Frage, welchen nehmen wir raus, und dabei entscheide ich mich über das, was sowieso schon über der Tatze ist, weil ich später auch gern über die Tatze herankommen möchte. Jetzt seht ihr auch schon hier, oben sind nochmal drei Grüne, hab die im Grunde genommen mit auf dem Schirm, ja, da komme ich dann vielleicht gleich nochmal dazu, denn wir können jetzt die beiden Orangen rausnehmen, und dann würde das Ding sich mit den beiden Grünen schon mal verbinden, ja, ihr seht, hier oben haben wir jetzt drei Möhren, die müssen wir auch auf dem Schirm halten, also wir müssen immer von oben nach unten schauen, ja, also dass das Spiel von oben nach unten läuft, das ist ganz wichtig, und, ja, jetzt mache ich hier sozusagen, nehme ich endlich diese beiden heraus, und ihr seht, jetzt verbinden sich diese fünf Grünen, und jetzt ist die Frage, bekommen wir sozusagen dieses orangene Ding weg, wenn wir die fünf Grünen nehmen, dann kriegen wir, also wenn ich die fünf Grünen zu einer Kiste mache, fällt hier alles runter, ich würde die beiden, die, das Orangene wegbekommen, durch die beiden, bekomme ich das Orangene aber auch vielleicht durch die Dinger hier weg, oder einfach durch ein anderes Moment, und da ist wieder die Frage, können wir diese grünen Kisten sozusagen verbinden, kann ich die Orangenen zu einer Kiste verbinden, was ist hier also kistentechnisch noch möglich, und wir können es, jetzt kann ich hier auch mal, oh, ach nein, das, ja, das passiert übrigens, schöner Vorführeffekt natürlich auch, wenn man einfach da drauf klickt und nicht drüber nachdenkt, ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut, dann ist das Ganze eben so, ich wollte euch eigentlich zeigen, ja, hier sind es vier Prozent auf den aktuellen Preis, ich kann ihn auch mal ändern, oh, nochmal Schachmachplatz, auch nicht schlecht, okay, ja, damit müssen dann manche Spieler leben, ja, wir haben noch 13 Sachen offen, und ihr seht, also das ist ein Ärgernis, das ärgert mich natürlich auch, und jetzt können wir auch noch weiter schauen, ob wir noch andere Sachen bewältigen können, ja, also so mehr oder weniger ist das Ganze so mehr oder weniger möglich, die blauen Teile könnten wir jetzt schon mal rausnehmen, und das werde ich auch gleich machen, aber vorher überlege ich noch, ob ich hier oben diese drei Orangenen weghaben will, ja, weil wenn ich die blauen rausnehme, wird das so verrutschen, dass dann hier wieder ein Orangenes übrig bleibt, will ich also die Orangenen mit nach unten kommen lassen, ja oder nein, und ich würde mal sagen, warum nicht, warum sollte ich sie behalten, ich nehme sie mal raus, und dann nehme ich hier die blauen raus, zack, und jetzt ergibt sich eine neue Konstellation, wie ihr seht, ja, die schon wieder sehr relativ spannend ist. Diese Konstellation ist deshalb spannend, weil wir hier jetzt wieder drei gelbe haben, die nehme ich mal raus, und jetzt seht ihr schon wieder, wir haben eine Verbindung von Grünen, da haben wir also schon wieder eine neue Kiste, und ich würde mal sagen, wir nehmen, jetzt wäre noch spannend, können wir mit dieser Verbindung der Grünen sozusagen es erreichen, dass ich auch noch, dass wir das Rote wegbekommen, und zwar indem wir das mit dem anderen Roten vielleicht möglicherweise verbinden, und da würde ich mal sagen, ja, in dem Moment, da ich das Ding hier mache, wir haben nur noch zehn Züge, darauf solltet ihr also immer ein bisschen achten, denn jeder Zug verbraucht etwas, Palam, und jetzt werde ich dir sagen, jetzt sind die ja gar nicht verbunden, kommen wir gleich nochmal dazu, kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde jetzt, nämlich euch immer raten, so, achtet also auf eure Züge, wir können jetzt nochmal schauen, neun Züge, also wir brauchen ja eins, dann kommen die Roten nach unten, zwei, drei, vier, fünf Züge Minimum, ja, also fünf Züge wären hier schon relativ wünschenswert, ich denke mal, das geht klar, so, zack, jetzt ergeben sich hier oben auch nochmal ein paar grüner Sachen, ja, jetzt haben wir noch, ne, fünf Züge, immer noch, vier Züge, und jetzt würde ich langsam das, was ich alles vorbereitet habe, so mehr oder weniger einsammeln, also meine Kisten und die Tatzen, die hier sozusagen jetzt strategisch überlegt liegen, die würde ich jetzt versuchen mitzunehmen und das Ganze mache ich, indem ich hier jetzt nochmal das anklicke, vielleicht haben wir auch nochmal hin und wieder die Chance, das Ding anklicke, dadurch rutschen ja die, wird hier raus eben nochmal eine schöne Kiste, wir könnten die beiden gelben noch herausnehmen, ja, warum nicht, dadurch wird die Kiste nochmal ein bisschen größer und jetzt würde ich sagen, sammeln wir langsam alles ein, wir könnten jetzt die beiden blauen rausnehmen, aber wie gesagt, ja, wir haben nur noch vier Züge und wir müssen immer berechnen, ein Zug geht jetzt schon dafür drauf, tada, und ihr seht, pro Tatze bekommt ihr auch 500, jetzt haben wir einen Hauptpreis bekommen, tada, und jetzt möchte ich ja noch gern diese Dings hier zusammen löten und das machen wir auch, indem ich jetzt hier die gelben herausnehme, so eine Belohnung erhalten und wir haben noch zwei Züge, zack, und so ist das Ganze jetzt sozusagen fertig. Ja, damit habe ich jetzt diese Runde durchgespielt und ich würde sogar sagen, sie war ziemlich, ziemlich erfolgreich, also sogar eine meiner besseren Runden, was eben daran liegt, wenn ich euch erzähle, wie es funktioniert, denke ich mehr darüber nach, also selbst mein Fehler, den ich gemacht habe, der war okay. Sollte hier jetzt noch ein bisschen was rumliegen, dann würde ich euch lieber raten, für 65 Münzen weiterzuspielen, ja, also wenn hier jetzt noch ein paar Kisten rumliegen, die ihr einsammeln könnt, dann würde ich euch lieber raten und also wenn ihr drei oder vier Sachen mit den zehn Dingern erspielen könnt, würde ich euch lieber raten, noch die zehn weiteren Züge zu nehmen, weil drei oder vier Dinger lohnen sich und vor allem könnt ihr diese zehn Züge genau an dem Tag einsetzen, an dem euer Superpreis bekommt. Das heißt, für 65, für 65 Münzen bekommt ihr mehr oder weniger, ja, sozusagen möglicherweise zwei oder drei Kisten mehr. Das würde ich jetzt hier nicht machen, weil das Spielfeld war ja relativ leer gespielt, aber prinzipiell wäre das, wie ihr gesehen habt. Und wir können jetzt noch mal, ich möchte jetzt noch mal eine zweite Runde machen, ja, also wenn das hier zum Beispiel eure Runde wäre, könntet ihr vielleicht sagen, hm, das lohnt sich ja, vielleicht, ja, also lohnt sich ja, hier jetzt vielleicht das Ganze anders zu machen, also, so mehr oder weniger, also, das lohnt sich, ne. So, ich möchte jetzt noch mal auf die drei Verwendungen dieser drei Dinger einkommen. Das Schwierigste ist natürlich, das Letzte zu verwenden, ja, also, das hier vielleicht irgendwie einzusetzen. Ich werde jetzt hier Quatsch machen, also nicht, haut mich jetzt bitte nicht, wenn ich jetzt Quatsch mache, äh, also, ne, da könntet ihr zum Beispiel die rausnehmen, äh, also den Block auswählen, von dem ihr am wenigsten hier seht, also, ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber damit ihr von den anderen Blöcken eben mehr Zusammenhängen habt, also, ich würde jetzt zum Beispiel gelb rausnehmen, damit ich sozusagen von den anderen Blöcken, äh, eine bessere Verbindungslinie herstellen kann, ähm, das wäre jetzt sozusagen meine Idee, ja, jetzt mache ich das mal so, ähm, äh, so, naja, ist jetzt blöd, ich wollte euch noch etwas zeigen, ähm, nämlich die Verwendung der anderen Teile, ähm, ja, ich mache es jetzt, ist egal, solltet ihr jetzt eure Kiste, die, die ihr hier habt, so, mehr oder weniger, ähm, machen es mal schnell so, und, jetzt habt ihr hier oben eine richtig teure Kiste, nicht so eine wie ich, und hier unten seht ihr, ihr kommt an die nicht mehr ran, dann lohnt sich zum Beispiel, dann lohnt sich der Boost, äh, dieses Ding, und ihr könnt das sozusagen nutzen. Wichtig ist bei den Dingern, ähm, vielleicht auch noch, dass sie keinen Zug verbrauchen, das heißt, ihr könnt auch damit rechnen, dass die Hämmer im Grunde genommen einen extra Zug geben, ja, also das ist sozusagen ganz wichtig, und genau das gleiche ist mit der Windmühle, die Windmühle, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, die sorgt im Grunde genommen dafür, dass sich alle ringsumliegenden Teile mehr oder weniger zur gleichen Farbe machen. Das lohnt sich also, wenn ihr zum Beispiel wie hier, äh, ein einzelnes habt, und ihr wollt das wegbekommen, oder wie hier, wartet mal, ich mach's nochmal aus, nehmen wir mal an, dieses hier wär jetzt die Kiste, und ihr habt jetzt hier ein gelbes, und sagt so, mh, das ist jetzt ein bisschen doof mit dem gelben, und hier das rote, da komm ich auch nicht so gut ran, dann könnt ihr sozusagen die Mühle nutzen, zack, jetzt wird alles rot, ringsherum, und vorteilhafterweise, ja, es ist hier raus im Grunde genommen auch nochmal eine weitere Kiste geworden, also dafür könnt ihr sie sozusagen, die Mühle sehr gut nutzen, beziehungsweise so setze ich sie ein. Für diejenigen, die sagen, ja, das mit den Dingern ist gut, also ich selbst verwende die Münzen ausschließlich, um weitere Züge zu generieren, ja, ähm, das ist aber, so meine Strategie, also, ne, wenn man gut spielt, also, wenn man gut spielt, dann sind weitere Züge sinnvoll, wenn man, äh, jetzt will ich nicht sagen, wenn man schlecht spielt, dann sollte man lieber die, die Dinger hier einsetzen, bei den Dingern, äh, nutze ich manchmal den Hammer, wenn irgendwas schief ging, wenn ich mich verklickt habe, so mehr oder weniger, aber ich versuche meine Münzen, eigentlich konsequenterweise, für weitere Züge einzusetzen, um mehr Kisten daraus herauszuholen, also nicht, um die Kisten herauszuholen, die ich schon da liegen habe, sondern um mehr Kisten, äh, aus dem Spiel herauszuholen, die ich eben mit weiteren Zügen bekomme, das finde ich ein bisschen besser, ist aber, naja, kommt ein bisschen auf euch an, was sich natürlich lohnt, ist hier, ähm, die größere Abpackung, wie immer, ne, denn ihr bekommt ja insgesamt 30 Teile, für 1230, das ist schon mächtig, ihr könntet natürlich auch sagen, naja, diese komische, diesen Schnatz hier unten, also dieses, was alle Sachen rausnimmt, mit dem komme ich sowieso nicht so richtig gut klar, also eigentlich habe ich nur 24 sinnvolle Teile, würde sich aber immer noch gegenüber dem Einzelkauf, der Dingslohn, der Hämmer, weil ihr seht, 55 kostet einer, also 550 zwei, also 1100, äh, sozusagen, kosten 20, und plus noch zwei, dann sind wir ungefähr bei dem, ihr hättet also 22 Teile, und so wie, äh, ne, also ihr hättet 22 Teile, äh, bei dem Hammer, ich finde, der Hammer hat halt den Vorteil, dass er euch einen Zug einspart, während ihr bei der Mühle, zwar die Farbe wegbekommt, die da unten nervig ist, ihr aber den Zug noch investieren könnt, müsst, was bedeutet, die Mühle ist, plus minus, ja, also, ich würde, also ich persönlich kaufe mir lieber 22 Hämmer davon, also würde mir lieber 22 Hämmer kaufen, ähm, ich würde mir lieber 22 Hämmer davon kaufen, weil der Hammer mir nochmal einen extra, ähm, einen Zug einspart, und ich es wichtiger finde, viele Züge zu machen, als jetzt hier besonders gut zu spielen, wenn ihr sagt, das ist euch alles zu kompliziert, ich spiele einfach drauf los, wie ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch machen, ich für meinen Teil muss nur sagen, ich würde das, äh, ich würde lieber den Hammer nutzen, weil der einen einen Zug einspart, was die Mühle nicht macht, dieses Ding, der Schnatz natürlich schon, aber den müsst ihr dann halt wieder sinnvoll einsetzen, den Schnatz, also strategisch sinnvoll, also strategisch sinnvoll, und weil die Karte meist sehr komplex ist, ähm, kann ich euch ja nochmal zeigen, ne, was würde der jetzt hier rausnehmen wollen, also welche Farbe würde der jetzt hier rausnehmen, ich würde vielleicht sagen, blau ist hier die sinnvollste Farbe, oder gelb, äh, wahrscheinlich eher blau, ne, warum blau, äh, klar, hier sind diese vier Dinger unten, aber wenn ihr hier die beiden blauen rauskriegt, verbinden sich die gelben, das hier würde sich nochmal verändern, die sind sinnlos, aber ihr seht schon, da hält es schon wieder so, und ihr bekommt diesen einen blauen hier unten raus, ah, es ist halt sowas, ah, es ist halt schwierig, naja, overall, ähm, kann man sagen, man kann durch überlegtes Spielen, durch Visualisierung, was als nächstes passieren wird, in dem Spiel noch sehr viel sparen, und das ist eigentlich das Wichtige, was ich euch damit geben kann, äh, wenn man das ein bisschen übt, was natürlich für mich von Vorteil ist, dadurch, dass ich Nebenstädte habe, kann ich in den Nebenstädten auch immer ein bisschen rumdaddeln, und ein bisschen üben, äh, das Ganze, also um da auch noch ein bisschen, also ein bisschen Erfahrung auch zu sammeln, wie das Ganze läuft, also ich nutze hier meine Nebenstädte wirklich ausschließlich für diese Erfahrung, weil es gibt ja keine Wunschbrunnen, äh, so, und für den Rest brauche ich es nicht, deshalb nutze ich die Nebenstädte maximal dazu, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ähm, wenn überhaupt, ähm, das ignoriere ich das aber, ja, Gesamtfazit, es ist ein sehr preisintensives, also es kann, bei gutem Spiel, ein sehr preisintensives Event sein, bei, es kommt ein bisschen auf euer Geschick an, und auch ein bisschen auf das Glück, also dessen, was da oben dann nachkommt, manchmal kommen super Sachen nach, manchmal kommt blödes Zeug nach, das ist dann noch ein bisschen die Frage, also das ist dann der Glücksfaktor hier auch, auch was in den Truhen drin ist, ist ein bisschen Glücksfaktor, wie viele Tatzen kommen, ist ein bisschen Glücksfaktor, wenn ihr aber im Schnitt zwei Tatzen pro Ticket bekommen solltet, also im Schnitt solltet ihr das Ganze ziemlich gut bewältigen können, also auch das neue Gebäude bekommen, wobei da die Frage ist für viele ja, ob sie sich überhaupt aufstellen wollen. Ich werde es mir aufstellen, und ich bin auch gespannt, ich würde gerne noch einen Adlerberg bekommen, wenn das möglich ist, aber der wird auch nochmal kommen, also der Adlerberg, also der kommt in der Regel, wie auf der Beta-Kammer zweimal, und in der Regel kommt die Eventgebäude des letzten Jahres zweimal im Event, einmal am Anfang, also am ersten Tag, und einmal nochmal gen Ende, also in der zweiten Hälfte des Events, das Event geht ja 15 Tage, also innerhalb der letzten sieben Tage, kann natürlich sein, dass es in zwei Tagen schon kommt, man weiß es nicht, an anderen Wochen ist es eher unüblich, ja, naja, ja, das sei es dazu gesagt, okay, ich mag das Event, ich mag das Event mittlerweile, wobei es immer zum falschen Zeitpunkt kommt, ich würde mir eher wünschen, dass dieses Event im Winter lief, also wenn man da mal was drehen könnte, würde ich dieses Event lieber, anstatt, ich meine, wo wollen sie es hinquetschen, aber jetzt ist gerade die Zeit, in der man am wenigsten Zeit hat und ich habe auch manchmal, manchen Tag einfach keine Lust, dieses Event zu spielen, weil ich will ja meine Tickets verbrauchen und dann merke ich, wenn ich keine Lust habe und meine Tickets nur verbrauchen will, dann daddel ich rum und baue Unsinn, also mache irgendwelchen Quatsch hier beim Klicken, na gut, ja, das soll es gewesen sein, sehr viel Talk diesmal, vielleicht hätte ich auch aus dem Event ein eigenes Video machen können, jetzt habe ich halt ein Video daraus gemacht, kommen wir zum Ende. Irgendjemand hatte unter meinem letzten Umbau-Video geschrieben, dass ich mir seine Stadt gerne angucken kann und da sind wir jetzt wieder bei dem Prinzip, das ich hier einführen möchte, das nächste Video, das kommt, ist ein Stadtbesichtigungsvideo, also der Nächste, der Lust hat, kann mir seine Stadt, bei dem schaue ich mir wieder die Stadt an, dir und auch einen anderen, damit die Regel auch klar bleibt, werde ich weiter so halten, und der Erste, der mir hier drunter schreibt, schaue dir meine Stadt an, der bekommt sozusagen den Zuschlag, wir einigen uns dann halt hier drunter, wie wir uns erreichen, kann auch über Discord sein natürlich, oder innerhalb des Spiels und dann schaue ich, kommt als nächstes, also nächste Woche eine Stadtvorstellung, dann übernächste Woche kommt etwas Kleineres wahrscheinlich oder schon der Blog-Eintrag, denn ich muss sagen, ich bin dann auch erst einmal in den Ferien, ich habe ein bisschen vorproduziert, damit ihr nicht merkt, dass ich nicht da bin, aber ich werde auch erst einmal ein wenig Urlaub machen in den Ferien, dann werde ich ein bisschen an meiner Technik herumfallen, also das steht auch noch auf dem Plan, ich muss in meiner Wohnung ein bisschen umbauen, ich muss die Küche renovieren und noch einiges anderes, also die Ferien sind nebst Erholung auch schon wieder vollgestopft und ihr werdet sagen, ja, ja, die Lehrer immer mit ihren sechs Wochen Ferien, das stimmt so nicht ganz, aber auf die Debatte lasse ich mich jetzt nicht ein. Gut, also der Erste, der sich hier drunter meldet, dessen Stadt werde ich besichtigen nächste Woche, dann werden die Stadtbesichtigungen erst einmal aussetzen, also in den nächsten Wochen werden dann erst einmal wieder Vlog, da wird es eine Kombination aus verschiedenen anderen Sachen geben, also über meine sechs Wochen Ferien, also einen Vlog-Eintrag bekommen und Fellowship-Event, muss ich mal schauen, wie ich das einpflege bei mir, auch ein schönes Video von Zockt gewesen, sehr unterhaltsam und ja, es werden noch so ein paar kleinere Sachen kommen, die ich dann, die ich aber schon vorbereitet habe, die ich nächste Woche noch aufnehmen muss, also es kann auch sein, dass ihr das dort dann immer noch das Wildlife-Event seht, obwohl das schon lange vergangen ist, daran seht ihr, dass ich das Video zu einem Zeitpunkt aufgenommen habe, zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt aufgenommen habe. Okay, gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen, mir hat es heute mal wieder sehr viel Spaß gemacht, ich mag diese Geschwätze, kann hier einfach ein bisschen rumquasseln und jeder weiß, woran er ist, kommen hier immer die Kritik, oh du Laberbacke, ja und dann soll es das gewesen sein, ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sommer, ein paar Sommerferien, genießt oder Urlaub, wo auch immer ihr seid, genießt die Zeit und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ach, vorhin das euch gefallen hat, ja, lasst ein Like da und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr das nachholen würdet. Okay, dann bis zum nächsten Mal, viel Spaß noch im Event, sagt euer Christon. Ich bin noch am überlegen, wie ich das Ganze nenne, Topf und Deckel vielleicht, mal schauen, werdet ihr ja schon wissen zu dem Zeitpunkt, bis dahin.